Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ich wurde nach dem Festbrennweiten-Video sofort gefragt, ob es ein Video auch zum Thema Zoom-Linsen geben wird. Und ich habe mich sofort breitschlagen lassen und dachte, okay, das macht ja total Sinn, quasi die Gegenseite auch mal aufzuzeigen und auch die Vorzüge zu besprechen. Denn neben den Festbrennweiten gibt es natürlich auch viele Zoom-Linsen, die durchaus ihre Daseinsberechtigung haben und auch ihre Vorteile mit sich bringen. Das habe ich ja schon in dem Video zu den Festbrennweiten gesagt. Ich verlinke euch das mal hier oben, das Video, und da dürft ihr gerne mal reinschauen. Ich würde sagen, wir fangen genauso an wie mit dem Festbrennweiten-Thema. Und zwar, die Zoom-Linsen haben natürlich eines, was sie mit sich bringen. Sie sind in der Regel zwar größer, aber wir wollten über die Vorteile sprechen. Sie sind in der Regel sehr flexibel in der Nutzung. Das heißt, wenn wir jetzt mal bei dem 70-200 hier bleiben, was ich hier habe, dann kann ich, auch wenn das ein recht großes Objektiv ist, kann ich damit von 70 bis 200 mm, Blende 2.8 oder von mir aus Blende 4, dann ist es ja nochmal kleiner und leichter, das Objektiv, kann ich fotografieren. Also, ich habe das 70er oder, wenn man so möchte, das 85er habe ich da integriert. Ich habe das 100er Objektiv integriert. Ich habe das 200 mm Objektiv integriert. Offensichtlich bin ich damit recht flexibel, was das Einsetzen angeht. Und vor allen Dingen habe ich hier auch die Möglichkeit, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Ich muss mich nicht bewegen. Wenn ich mich mal nicht bewegen kann zum Motiv hin oder zurück, weiter weg, dann ist so eine Zoom-Linse durchaus Gold wert. Weil ich denke gerade daran, wenn du in Island irgendwo an einem Felsen stehst oder an irgendeinem Felsvorsprung und du kannst nicht weiter weg nach hinten, dann bist du froh, wenn du mit deinem Weitwinkel etwas weiter rauszoomen kannst. Ja, und genauso ist das in der Wildlife-Fotografie oder wenn du bis in der Natur unterwegs bist, dann bist du auch froh, wenn du etwas näher heranholen kannst und nicht mit deiner Festbrennweite, die 100 mm oder 85 mm fest und fix bist und nichts mehr machen kannst. Klar, du kannst mehrere Fotos machen, du kannst die übereinander stitchen, du kannst reinkroppen, aber come on, das ist es ja nun wirklich nicht, was wir wollen. Denn ich muss sagen, ich habe mich des Öfteren in der Natur auch ertappt, dass ich gesagt habe, ja, jetzt so ein 70-200 dabei haben, das wäre es. Also Blende 4 würde reichen, das muss gar nicht die Blende 2.8 sein, aber so ein 70-200 oder von Tamron gibt es ja auch das 70-180 Objektiv, das würde schon reichen. Einfach, dass du über die 100 mm hinaus nochmal gehen kannst, um die 150, 180 mm, das merkst du schon. Und gerade wenn du draußen unterwegs bist und möchtest mal so einen Felsen freistellen, Bäume näher heranholen, du willst auch diesen riesigen Felsen im Hintergrund, den Berg sozusagen, wo im Vordergrund ein bisschen Wald ist oder ein See, ein bisschen besser in Szene setzen oder ganz klassisch den Mond fotografieren irgendwo in der Natur, dann bist du mit so einer Zoom-Linse oftmals besser beraten, weil du flexibel bist und du kannst selbst festlegen, wie groß soll das Motiv dargestellt werden, in welchem Verhältnis. Das lässt sich immer schwer mit einer Festbrennweite fest einstellen, weil du zum einen fix bist mit dem, was du machst und zum anderen ist es immer schwer, gerade die Brennweite zu bekommen, die du jetzt brauchst. Und hier kann ich quasi drehen, bis der Arzt kommt, bis ich dann meine Perspektive habe, bis maximal 200 mm und da bin ich schon sehr gut aufgestellt. Klar, es gibt auch das 24-70, das kennen ja viele, oder 24-75 Objektive, da bist du auch sehr flexibel, was du die mittleren Brennweitenbereiche angeht. Und bevor du jetzt, und da kommen wir auch zu einem Vorteil, bevor du ein 24 mm, ein 50 mm und ein 85 mm mitnimmst, wo du zwar drei tolle Objektive hättest, hättest du mit einem 24-70 oder noch besser einem 24-105 Objektiv alles dabei. Bei einem 24-105 Objektiv hättest du sogar das 24er, das 50er, ich nehme jetzt mal das 35er auch mit rein als drittes, das 85er, ein 100 mm Objektiv, also fünf Objektive hättest du quasi in einem, auch wenn du vielleicht kein Makroobjektiv hättest bei dem 100 mm, das sind ja die meisten dann, hättest du fünf Objektive in einem. Und das ist kostentechnisch natürlich auch so eine Frage, bevor du dir fünf Objektive kaufst, auch wenn du die im Sale oder gebraucht kaufst, wirst du um ein Vielfaches teurer kommen als mit einem einzigen Objektiv, das 24-105 meinetwegen oder 24-70, da bist du schon besser aufgestellt. Du hast ein Objektiv, du gibst deutlich weniger Geld aus, du hast natürlich den einen Nachteil, dass du nicht so offenblendig fotografieren kannst. Also wenn dir ISO ultra wichtig ist, wenn du das letzte bisschen Cleanheit im Foto rausholen möchtest, quasi mit maximaler Offenblende, so wenig ISO wie möglich, kürzeste Verschlusszeit, dann musst du zwangsläufig auf Festbrennweiten zurückgreifen, und die dann Blende 1.4, 1.2 vielleicht sogar können, 1.8 können, das geht dann nicht anders. Aber wenn du, ich sag mal, im normalen Durchschnitt Fotos machst, also so einen Aufgang, so einen Untergang, nicht unbedingt jetzt gerade Polarlichter oder sowas oder Milchstraßenfotos, sondern schon eher so das normale Workaround als Portrait-Fotograf oder als Landschaftsfotograf, Street-Fotograf, dann brauchst du zwar schon teilweise eine Offenblende, aber wenn du jetzt sagst, für mich reicht Blende 2.8 oder vielleicht sogar Blende 4.0, dann wird eine Zoom-Linse, gerade weil sie eben so flexibel ist in den Brennweiten, durchaus vielleicht sogar reichen können. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr gute Überleitung zum Thema optische Eigenschaften. Klar sind die rein rechnerisch, die Festbrennweiten immer noch besser, was die Bildqualität angeht, also wenn man jetzt Bildlinien, Bildzeilen sozusagen misst, da gibt es bei DP Review und verschiedenen anderen Anbietern, gibt es da sehr spannende Tabellen, wo du objektiv und objektiv daneben stellen kannst und dann quasi sehen kannst, ah, okay, bei Blende 8 hat es dann die Auflösung in der Mitte und bei Blende 4.0 am Rand dann die Auflösung. Das mache ich jetzt hier nicht. Aber eins weiß ich aus meiner Erfahrung, dass es in der Praxis in der Regel doch zu vernachlässigen ist. Also du wirst, wenn du mit einer Festbrennweite mit Blende 4 fotografierst oder Blende 2.8 und hier mit Blende 2.8 unterwegs bist, wirst du zwar sehen, dass vielleicht ein Objektiv besser ist, weil es schärfer ist, aber wenn die Schärfe gerade identisch sind, wirst du nicht sehen, dass das eine Objektiv 300 Zeilen mehr hat quasi in der Auflösung und das andere nicht. Das siehst du einfach nicht. Also gerade in der heutigen Zeit, wo selbst die Zoom-Objektive auf so einem so hohen Level sind, auf einem wirklich sehr guten Niveau, wirst du nicht wirklich einen Nachteil sehen. Im Gegenteil, ich denke sogar, dass die Portrait-Fotografen unter euch gerade mit so einem 70-200, Blende 2.8 oder Blende 4 in der Regel gar nicht so knacke scharfe Objektive haben wollen, weil du willst ja im Portrait-Bereich eher, da spreche ich von mir, eher nicht die letzte Körnung im Bild quasi rausholen können, die letzte Pore, sondern da ist es sogar okay, wenn das Objektiv nicht ganz so ultrascharf ist, weil das auch der Haut schmeichelt, weil es im Look auch ganz gut aussieht und weil es sowieso vielleicht sogar eine leichte Vignette hat im Portrait-Bereich, der Hintergrund ultra unscharf ist, da sieht das gut aus und dann möchtest du das auch. Wenn du dein Objektiv hast, was richtig knacke scharf ist, wirst du dann eher sogar gegensteuern müssen im Lightroom oder im Photoshop, sodass du quasi Negativ-Schärfe irgendwie reinzaubern musst, damit das Ganze nicht zu hyperreal aussieht. Ausnahmen bestätigen die Regel, keine Frage, aber für mich hat sich das eher bewährt, gerade in der Portrait-Fotografie nicht die knackscharfsten Bilder quasi zu produzieren, sondern eine normale Schärfe, die aber der Haut schmeichelt und die vor allen Dingen auch im gesamten Look gut aussieht, weil darauf kommt es ja am Ende an. Das wird sich ja keiner hinstellen und sagen, wow, wie ich hier reinzoomen kann und alle Poren sehe von mir, sondern eher, das ist aber ein schöner Look, das sieht gut aus. Das heißt also, du wirst auch in der Bildqualität keinen Nachteil haben. Ich gehe von den neueren Objektiven aus, die quasi die Auflösung der Kamera abrufen können, die auch das Rauschverhalten gut mitspielen können der Kamera. Also davon gehe ich aus, dass du heutzutage mit den neueren Objektiven in der Regel keine Nachteile eingehst. Im Gegenteil, du wirst, wenn du jetzt sagst, du hast einen Fotorucksack, du möchtest auf deiner Fotoreise gern so wenig wie möglich mitnehmen, dann wirst du gut beraten sein, wenn du Zoom-Objektive nimmst und dir vielleicht für hier und da noch ein, zwei Festbrennweiten dazulegst. Also wenn ich jetzt auf Reise gehen würde und müsste meinen Packmaß so klein wie möglich halten, dann würde ich sehen, dass ich meinen 1224 von Sony mitnehme. Ich würde einen 70-200 mitnehmen, auf jeden Fall. Und ich würde für zwischendrin natürlich auch gucken, dass ich vielleicht eine 50mm Festbrennweite mitnehme oder eben das 24-70, wenn ich dann hätte, vielleicht auch dazu einpacke. Aber in der Regel wirst du, wenn du Zoom-Objektive benutzt, wirst du in der Regel mit weniger Objektiven auskommen können. Die sind kleiner, also die sind im Vergleich zu den vielen Objektiven, die du bräuchtest, ist es dann kleiner, würde ich damit sagen. Und du hast auch in der Regel eine Blende von 2,8, wenn du sie dir kaufst in dem Objektiv, wirst du auch dabei haben, das reicht für die meisten Low-Light-Situationen aus. Also ich habe damit auch schon bei Veranstaltungen, bei Hochzeiten, ja auf Feiern, auf Events, ohne Probleme fotografiert. Blende 2,8 bei 100mm, bei 85mm mit diesem Objektiv. Das passt wunderbar. Also an der Canon beispielsweise mit dem Bildstabilisator, ideal. Gleiches gilt auch für das Sony-System oder für Nikon oder für Fuji, je nachdem, was du eben hast. Aber du wirst feststellen, dass du damit sehr flexibel sein wirst. Ja, ich gucke nochmal, was ich mir aufgeschrieben habe. Die Perspektive haben wir besprochen. Ein Objektiv für mehrere Brennweiten. Ich habe es gerade eben ausführlich erklärt. Es ist kostengünstiger. Genau, wenn du eben alle Objektive zusammenrechnest, ist es dann schon kostengünstiger. Das muss man halt sehen. Wenn du jetzt nur ein, zwei Objektive dagegen setzt, kann das schon schwer werden zu sagen, es ist kostengünstiger. Aber gerade in dem Bereich 24-70mm, wenn du dir da ein 24-50er und ein 85er kaufen willst oder musst, oder vielleicht statt dem 85er ein 35er, drei Objektive, dann wirst du deutlich Kosten höher kommen, wollte ich sagen, als jetzt ein 24-70 Objektiv kaufen, was ungefähr, gerade bei Sony, um 1.000 bis 1.300 Euro kostet. Und wenn du jetzt das 24er dir kaufst und ein 35er von Sigma, dann bist du schon weit über 1.000 Euro. Da bist du bei 1.500, 1.700 Euro, Neupreis natürlich. Und das ist natürlich deutlich mehr als jetzt das eine Zoom-Objektiv. Also es ist immer so eine Rechenaufgabe. Was brauchst du, was möchtest du? Wenn alles egal ist, also wenn Geld kaum eine Rolle spielt und wenn du jemanden hast, der dein Equipment trägt, dann kannst du natürlich für alles dir eine Festbrennweite kaufen. Dann hast du eher weniger diese Sorgen. Dann befasst du dich mit anderen Sachen. Dann guckst du dieses Video wahrscheinlich gar nicht. Aber wenn das durchaus bitte eine Rolle spielt, dann solltest du dir ernsthaft darüber Gedanken machen, welche Variante für dich in Frage kommen könnte. Genau. Und natürlich die Auflösung. Auch das habe ich gerade eben gesagt. Schaut gerne mal bei Instagram in meiner Galerie durch. Ich habe mit verschiedenen Objektiven die Fotos aufgenommen und ich habe nicht das Gefühl, dass ich in den Fotos sehe, wow, das war jetzt die Canon R5 mit der hohen Auflösung und mit dem normalen Objektiv dran, mit dem 35er. Oder das war jetzt die Sony A7R II mit dem 70-200-2.8. Also ich sehe es in der Regel nicht. Ich sehe es am Look. Das siehst du schon. Denn du wirst in der Regel nicht den gleichen Look erzeugen können, aber du siehst es nicht in den Fotos, mit welchem Objektiv es direkt aufgenommen wurde. Also im Sinne von Festbrennweite oder Zoom-Objektiv, was die Auflösung angeht. Und da kommen wir auch zum letzten Punkt, und zwar der Look. Du hast, und das ist natürlich auch so ein Vorteil, du hast gerade mit dem 70-200-Objektiv hier, hast du dann einen Look, der schon ziemlich cool ist, gerade was die Kompression im Bild angeht. Das kannst du natürlich mit so einer Festbrennweite mit 100mm jetzt nicht so gut erzeugen wie mit dem 70-200, wenn ich voll reinzoome. Klar, es gibt auch ein 200mm Festbrennweiten-Objektiv, aber ich kenne niemanden, der sowas besitzt. Also in der Praxis haben die Leute eher ein 70-200 oder 70-180. Und du hast mit einem Zoom-Objektiv, gerade mein 12-24, was mich gerade filmt, hast du nicht bei 24mm Blende 2.8 den gleichen Look wie mit dem 24er von Sony, was Blende 2.8 dann auch könnte, im Vergleich. Also den Look hast du nicht. Dessen muss dir der klar sein. Das ist einfach ein spezieller Look. Aber für das meiste in der Fotografie oder Filmerei wirst du auch mit einem Zoom-Objektiv gut machen können. Das wollte ich damit sagen, auch zum Abschluss. Also es geht nicht immer darum, den Killershot, die Killer-Perspektive zu bekommen, sondern eher deiner Bildsprache Ausdruck verleihen zu können und das, was du machen möchtest, an Motiven gut umsetzen zu können. Und da bist du, um jetzt den Schlusspunkt zu setzen, mit den Zoom-Objektiven deutlich flexibler, weil du weniger Objektive benötigst, weil du in der Anschaffung, zu Beginn zumindest, wenn du dich aufstellst von Weitwinkel bis Telebereich, wirst du in der Regel drei Objektive kaufen und dann bist du fertig. Alles jetzt acht oder zehn verschiedene Festbrennweiten und das geht dann schon deutlich mehr ins Geld. Demzufolge ist das auf jeden Fall die kostengünstigere Variante, wenn du wenig Objektive kaufen möchtest. Ja. Ich hoffe, das war interessant. Ich hoffe, das war hilfreich. Mich würde jetzt interessieren, welche Objektive ihr verwendet, denn einige von euch sind eingefleischte Canon-User und haben mir das auch in den letzten Videos sehr oft darunter geschrieben. Und ich sollte mir unbedingt die Canon-Varianten anschauen, gerade was das 1435 angeht. Und das 15er, das Zoom-Objektiv von Canon. Und ich habe gehört und ich weiß, das ist gut. Ich hatte es selbst noch nicht in der Hand. Mich würde schon der Vergleich mal interessieren. Aber ich weiß, dass, wie gesagt, einige von euch sehr eingefleischte Canon-Fans sind. Also lasst mir gerne einen Kommentar hier, welche Objektive ihr auch an egal welchem System benutzt, ob ihr eher Festbrennweiten nutzt oder ob ihr schon sagt, ja, Zoom-Objektive haben durchaus ihren Vorteil und deshalb benutzen wir sie auch. Also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss.